hallo und willkommen zu einem weiteren video auf unserem kanal so vor dem gleich wir gehen in einem shop vom 19.07.2020 in einem shop zwei neue items und wir kommen so wieso ist eigentlich konzentrierten fortbewegung ich weiß es nicht kennen kunst ja das ist natürlich die neue picke das war natürlich sehr intelligent gewesen da würde ich sagen 4,67 von 5 bei drei worten vier ja jetzt kommen wir zum neuen item golf axt golf axt sieht ein bisschen aus wie ein golfschläger naja ja wir müssen ja ich muss mich kurz einloggen das vergesse ich ja jedes mal gefühlt gibt es neben dem ding für eine note ich weiß es nicht eigentlich der werkzeugeffekt von dem teil habe ich schon gezeigt okay also ich würde dem hochschläge eine 3 geben ja 4,17 von 5 bei 6 von 109 8 schon mal anders so jetzt können wir auch schon zum letzten item und zwar der paar patrouille so aus so ein bisschen halt wie so eine golfball golfspielerin ja ich weiß wie der ist von diesem pinken skin orientiert patrouille das ist ja wenn du wenn du im endeffekt die anzahl der schläge einhält die vorgegeben sind genau ein green ja was würdest du ihm geben auch drei auch drei 3,46 bei 11 votes und 1212 man das muss so ergeben nein kurz mal auf die vier sterne nein 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 so jetzt kommen wir zum item shop zur bewertung und dem heutigen item shop würde ich ich gebe jetzt mal 2.924 3.000 3.000 3.000 398 ich jetzt mehr und 7.412 hey jetzt wenn ich glaube ich bin gerne noch nachschau was ich mit der abonniere kann gerne kostenlos und schau das nächstes mal wieder nachschau